Einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer Runde TTT mit Kat Benilsa, Scrooge, Ebenilsa, Ebenilsa, Scrooge, Frostio, Graf Santacat, Kapuzenchriss, Knecht, Wubkas, Kramp, Krampumaro, Maximeclaus, Tautant in den Baum und V-Paincer-V. Kann auch sein, dass heute der 27. ist. Es ist heute der 27. Vielleicht auch, der 27. Wir können jetzt, wir können jetzt fortsetzen. Explosionen, Kote, Penises. Also, ich hoffe, ihr hattet einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, wollte ich sagen. Wie ist das hier gleich? Äh, Paine, was hast du dir angestellt? Hier habe ich nicht gekillt, ich bin klar. Nein, hast du nicht. Nein, das ist Tobi-Kopf. Wir haben wieder unser Spot hier. Ja, das sind die Korrelle von Mainland. Wo ballern die da eigentlich schon? Ja, es geht anders vor, Louis. Leise. Da ist wer. Warte mal. Oh, hier brennt's. Der kann der Beste, der Böse, der ist jetzt gestorben. Es sind einfach alle Leute tot, okay. Hinter mir hat's. Wenn ihr kein Feuer dabei ist, ist doch einer von euch Traitor, ne? Ich nicht. Ich weiß nur, dass irgendwer mich mit, ähm... Schön aufgehangen. Doch, nur die Schöne. Hey, war der Traitor. Unter den ganzen Mördern. Wui. Oh mein Gott, die Korrelle. Los, hauen. Upsa. Wann war sie. Hast du gerade geschopft, Maxi? Nein. Nee, nee, das war aber... Ich hab' den Random Package benutzt. Gar nicht auffällig. Achso, äh ja. Da kriegst du jetzt... Da kriegst du jetzt ne Mikrowelle. Mikrowelle zu Weihnachten ist auch mal was Neues. Äh, es gibt bestimmt alle, die sich über die Mikrowelle freuen würden. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Kann man immer brauchen. Da, 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 da. Da. Oh, schön aufgehangen, okay. Da, 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 da mal machen. Also da, 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 da im Klo sind noch fünf Leichen für euch. Könnt ihr auch noch mehr aufhängen. Im Klo? Oh Gott, hier sind... Ja, und wer war's dann jetzt? Der, äh, Payne. Die Leiche, da liegt ganz genau. Ich wurde gerade angeschossen von... Aber ey... Ja, ich wurde aber auch auf 2LVP runtergeschossen. Ja, du warst dann jetzt überlegt auf 2LVP Mastercom. Fan war der Böse anscheinend. Okay. Ich glaub, drei von den Geschenken sind übrigens Bomben. Twitter-Fall. Oh Gott, was? Nein, nimm mal eins. Ich glaub fast schon. Wobei, ja, keine Ahnung, wie es bei der Metz ist. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob Maru mich gerade machen wollte. Ich hab Maxi. Weihnachtig glänzete. Ich hab Maxi gerade gewarnt von seiner Furt. Ab ins Wasser. Äh. Hä? Wenn der jetzt Jakar ist, ich schieße mir Maxi. Confirm ihn. Achso, das war Maxi. Nee, dann war Maxi nicht schnell erschossen. Dann ist es Konran. Was? Confirm ihn. Ich hab schon total, ja. Okay. Und dann schießt... Äh, er hat mit einer Diegel auf Maxi geschossen. Das heißt, Maxi ist zu 88%... Jakar. Ey! Lass mich doch shoppen! Und shoppt deine Ecke. Feiler. Mach mal shoppen, Lester 1. Sei mal schneller zu shoppen. Boah, jetzt krieg ich die... Wenn ich Friereider bin, kann ich das nicht mal aufheben. Kann ich die nicht aufheben? Das verboten ist. Blöde Granate. Ah! Ja! Jawoll, Mann! Oh, gerade so. Der Rund hat eine Sekunde gekillt, nachdem ich dich zum Sidekick gemacht habe. Ich war zuerst doch... So lang! Ich hab' mal geschossen von... 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 Trailer. Dann sehe da... Hey, der Dete hat ja... Der Dete hat ja geschossen, im Serum, meint... Ähh... Hat mir keine... Unter mit irgendwas erschossen. Also... Am Clover Chaos Buur. Am Clover Chaos Buur. Ich weiß auch nicht, wer mich da runter geschossen hat. Ja, keine Ahnung. Also er wird wahrscheinlich in Innos sein und dann auf einmal hat der Dete auf ihn geschossen, keine Ahnung. Unhöflich ist das. Ich hab ja mal nen Headshot gegeben mit der Autosneider. Was ist denn da? Der Stk ist jetzt sehr gefällig für dich, wenn ich Traitor, ne? Meinst du? Ja was? Der ganze Raum geht nämlich, wo wir den Fliegen erschienen. Ganz ruhig mit dir mal, ganz ruhig. Dann komm ich nicht hier, wir gehen beide raus, okay? Ich bin schon draußen. Santacard ey. Es ist gut, es ist gut. 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 Es ist gut, es ist gut, es ist gut. Oh Gott. Er ist auf die... Er ist auf mich geflogen, Code ran. Er ist auf die Hölle, er ist auf die Hölle. Was macht ihr hier? Nicht töten bitte, ich komm zum Teamate, bitte Leute. Ich bin richtig... Painung, Code rein, Painung. Nein, warte, 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 bitte, bitte. Ich bin nicht auf jeden Traitor. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte. Leider nein. Ich hab ihn gekitten. Warte. Wer ist denn dann? Ja, er war Dolkal. Ja, er war Dolkal. So, hier draußen liegt die Leiche. Ey, guck mal schon wieder. Was? Ich hab grad den Dolkal gekitten. Da draußen? Oh, was ist die Scheiß? Mit demjenigen glaubt, das ist euer Problem, nicht meins. Ich hab niemand gesehen so. Nicht, dass du gestorben bist. Ja, ich schon. Das war so dein Päckchen am Anfang. Keiner Päckchen, wenn ich Kunran ansage. Niemals. Kunran, wir hätten zusammenspielen können. Aber Kunran, Träter ist, glaub mir niemand, dass es Kunran ist. Ach, die Trader hätten keine Chance gehabt. Ich wär Trader. Wollte kein Lokal sein. Wollte nicht für Päckchen sein. Das war total doof. Ich hab mir direkt explodiert. Liebe für alle. Ich hatte ganz kurz Angst, dass ich irgendeinen Traitor erwischt hatte mit dem Geschenk. Liebe. Wir haben uns aber jetzt alle lieb. Hallo. Liebe. Und jetzt streicheln wir uns immer anstelle zu schießen. An welchen Stellen streicheln wir uns? Ich hätte gerne einen Teammate. Das machst du jetzt, he? Ja, das ist mir klar. Hier ist der da. Der traut sich ins Wasser zu springen. Jetzt wollt mich abstechen, glaub ich. Warte, ich muss sie im Blick haben. Ich muss sie sich angucken. Oh Gott, oh Gott. Okay, warte. Verdächtig. Der immer, aber das... Der da, da geradeaus, hinter der Tür. Der da, aber... Da stand... Der steht irgendwie hinter der Tür. Da war nix. Da bin ich auch geschossen. Genau den hab ich auch verdächtigt. Ich hab's gesagt. Der war doch nicht am kaufen. Doch, das war gut. Okay. Was war das? Das muss hier draußen gewesen sein. Ne Maxi, du hast erst geschossen. In dem Zwischenraum war das. Maxi und Daluan. Hä? Dann tut mir leid, Maxi. Wo kommt das Geräusch jetzt her? Der liegt ja noch jemand an der Tür. Ah, jetzt ist immer in Ruhe. Irgendwie... Also ich weiß, es ist noch einer auf der linken Toilette? Mehr weiß ich nicht. Sorry, Maxi. Warum wird eigentlich keiner confirmed? Oder backt das bei mir? Äh, bei mir ist nur Dalu und Baluji tot. Genau, richtig. Maxi ist safe inno. Den hab ich, äh, wiederbelebt. Ich glaub, der Knecht Rupcast ist hier verdächtig. Jo, vielleicht ist es nicht so gut. Eins. Meine ich, ja. Du bist respawnt. Hab' auch überlegt. Moment mal, wir wollen schon einfach... Sorry, Blauli. Ich häng' im Tisch fest. Ich häng' im Tisch fest. Helft mir, ich häng' im Tisch fest. Da war die alle. Ich hab' nicht mal schießen können. Oh, ich war total so, hä? Was ist zu mir? Ich war nicht am Shop. Ey. Aber bei jedem anderen... Weil in dem Poolraum hat jemand zuerst geschossen. Der hat den Namen gar nicht angeguckt. Ja, aber der kam aus dem Wasser. Oder warst du noch denn, oder nicht? Also ich meine... Ne, auf mich wurde geschossen. Ja, aber ich bin der denn. Ich war nur am Club-Device am Rumpfummeln. Ich hab' nur gesehen, wie Maxi schießt auf Dalu. Dalu wird von vorne und hinten beschossen. Also war Maxi etwas böse. Deswegen wollte ich dich nur mit der Kauber. Und dann hat Dalu angefangen, auf mich zu schießen. Ja, weil ich dachte, da war Maxi. Ja, dann hätte ich geschießen wollen. Ich wollte Maxi entschießen. Ja, ja, aber ja. So, jetzt kommen wir da runter. Es ist Weihnachten, ne? Oh, ich sehe Zeitlupe! Ekel-Loopers! 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 Muss nicht, kommt ran! Wow! Kommt ran! Flashbang! Ah! Ich bin blind! Ah! Ich bin blind! Ah! Fertig geshoppt! Hä? Fertig geshoppt! In manchen Rollen vor dir! Braucht wer Heilung? Ich als euer Priester biete Heilung an! Ich als euer Priester! Oh! Ja? Man, der beschwingte Scheiße! Gibt's! Wer? Moment mal! Wieso? Hä? Hat den Helder Fick gesniped! Wer hat nen Sniper hier? Warte! Du nicht! Du nicht! War das rechts aus der Dusche eventuell? Nils! Ja! Ja! Alles gut Nils! Alles gut Nils! Hose Dete! Dann können wir aufhören die ganze Zeit den Dete zu bekommen! Ich hab genug zu tun! Warte hier! Ich biete die Heilung an! Ich muss nen paar Glonats essen! Und wieder langsam! Doppelturmacht oder was? Oh Gott! Oh, der kauft doch immer so! Ah, Thomas! Tata Tata Thomas! Die Katze! Das ist der Kate Vanessa! Warte kurz! Alter Katze! Katze ist Traitor! Katze ist Traitor! Was du redest, Alter! Katze! Also es lebt! 1, 2, 3, 4, 5! Hier kann ich vertrauen! Hier kann ich vertrauen Maxi! Es ist Katze! Es leben noch 5 Leute und kein Traitor ist confirmed! Es ist Katze! Wenn ihr mir glaubt, dass ich inno bin, dann ist der andere inno alles Traitor! Ein Traitor ist tot! Achso ne, das war ne Fake gleiche! Ja, Moment lang! Ja, das ist schon mal ne Fake gleiche! Ich kann doch mal auf Katze voten! Weihnachtsgeschenk bitte! Du bist dir bewusst, dass alle außer dir Traitor sind, Payne, wenn du nicht Traitor bist? Ohohoho! Der flog aber weit! Uh! Äh ne, mach's denn! Du bist doch inno! Ne, die kommt denn da auf! Der Schakal! Keine Ahnung! Ne! Grantelbart! Ach, Moment Payne, war der andere Bandese, das ist wirklich böse gewesen! Jetzt ruhiger! Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendjemand böse ist! You again! Nö! Weiß nicht, ich wollte mich extra ducken! Ohohoh! 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 Einfach durchrennen und eskalieren! Du solltest mal hin und wieder das Scoreboard aufmachen, Payne! Du bist ja so schön aus dem Pool gestiegen! Dein Kopf hat rausgeguckt! Janek! Der Kopf hat sich so angeboten! Janek, hast du den Zug noch erwischt? Ne, vorher hat mich äh... Ja, der Katze hat uns gegriffen! Genau! Ach schade! Er hat einen jetzt gerade mit dem Pool rausgeleit erschossen! Ich hab aber Kapuze erschossen! Ist das wahrscheinlich ne Schönerfalle? Das Wasser ist ne Schönerfalle! Okay! Ohohoh! Weihnacht! Ne! Gib mir doch die Waffen hier! Wie grün sind euch! Dieses Katzengejammer immer hier, ey! Hey! Ich kriege gut! Ja! Ja! Also passend zum Fest! Ein Geschenk! Okay! Es liegt! Hallo! Hallo! Ich legge direkt vor die Tür! Alter! Ich hab im Moment 30... Ah! Ah! Hey! Moment! Wer ist da mutig im Wasser? Da ist jemand ins Wasser gesprungen! Mein Gott! Hallo! Der Klor! Der Klor! Da geht man baden! Klaus ist tot! Was ist denn Wack? Das ist das Scary Smog! Es ist Weihnachten! Da geht man baden! Huiiii! Da springt alle ins Wasser! Und das ist ja ein Tee! Also wer auch immer da ins Wasser gesprungen... Was machst du denn auf der letzte Wasser? Ich bin nicht sicher ob der reingesprungen... Wasser! Was macht ihr da? Ich bin auf jeden Fall nicht mehr rausgekommen! Ich bin auf jeden Fall nicht mehr rausgekommen! Nils wurde von Konrad getrunken! Ja! Weil er einfach jemanden erschossen hat, der nichts getan hat! Der hat jemanden erschossen! Oh! Was hast du denn gesprüht? Oh fuck! Aber auf wen hat... Den nehm ich doch! Den Bumerang hat man gesehen! Wen hat er den gemacht? Ich glaube auch, dass du das in den Bumerang gesehen hast! Aber auf wen hat ihn den geworfen? Also... Ich hab's ja gesehen nicht gesehen! Auf den Land alt Kapuze erschossen! Der liegt ja auch da! Kann ich das so? Hä? Aber... Nils hat Kapuze erschossen! Ich hab keine Ahnung warum! Ich hab das nicht gesehen! Ich wollte meine eigene Felgleiche gerufen! Bananenbruch! Deine eigene Felgleiche! Mach sie doch mal bitte, wenn den Detail getötet hat! Ja! Ich hab das total so... Mir ist das tut mir leid! Ich hab das nicht mitbekommen! Ich weiß es nicht! Ich weiß wer! Soll ich einfach einseifen? Selber! Na? Der Schneemann würde es riechen! Neh mich selbst! Guck in meinen Spiegel! Du meinst schon? Guck in meinen Spiegel! Du meinst schon, dass es meine eigene Leiche ist, oder? Was machen wir mal denn hier? Ja, lauf doch! Ach, nein! Ich hab mich jetzt zweimal möcht' ich an! Wie war da nicht Schneeball? Ich weiß, der schieß immer noch nicht! Warum auch? F! Press F! Du hast auch nie jetzt kaltmütig ermordet! Ja, ich hab das tatsächlich nicht gesehen, dass... Also... Ich hab einfach gedacht, er schießt dann wo jemanden! Wer hat meine Kollegen erschossen? Maro hat nen Schneeball in der Pfote! Seinen Kollegen? Machst du nicht der wenig zu schweigen, oder? Wo ist der Kollege? Der Eintem ist auch verdächtig! Ich hab Maxi erschossen! Eintem ist das Schwimmen gegangen, warum? Oder Blitz? Warum hast du Maxi erschossen? Cain ist ein... Fast aus dem Pubenbrett! Frag Maxi! Nein, das bin ich! Oh Gott, nicht! Hast du eine Falle da auf dem Pubenbrett? Warte, ich kann nicht! Ich kann nicht ganz besonders heilen! Deine clevere Falle, wenn das jetzt... Ganz besonders heilen! Da liegt ein Geschenk vor der Tür! Könntest du ein Geschenk nehmen! Ja, vielleicht ist da was drin! Okay, dafür dass du nicht gespielt hast! Ich bin überall nur Toiletten, ey! Ich bin in Toilettenräume! Ja, was ist ein Schwimmbad? Toiletten und ein Schwimmbecken! Aber das ist das hesslichste Schwimmbad, was ich nie gesehen habe! Okay, das ist voll! Womit hat er die Heilung verdient? Fist! Er hat mitgespielt! Obwohl es keiner gehört hat! Aber er töte die doch eh wieder gleich! Bon! Damit kann ich leben! Nein, warte! Mach einfach kurz! 1, 2, 3! Komm, wir spielen das jetzt! Komm, wir spielen das jetzt! Ich stehe auch straight hinter der Tür! Also ich stehe wirklich nicht straight! Ich bin jetzt nicht der Hauptgewinn! Aber nicht außer der Tür rauskommen! Oh, sehr gut! Okay, ich mach zu! Ich stell mich um! Ich stell mich woanders hin! Okay, 1, 2 oder 3! Wie die 1, 2 oder 3! 1 oder 3! Hinter einer Tür! Was spielt ihr? 1, 2 oder 3! Mach eine Tür auf! 1, 2 oder 3! 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 2, 3! 2, 3! 3! 3! 3! 4! 5! 5! 5! 5! 5! 6! 5! Das war nicht ich! Wir spielen! Ich hab sogar einen Trailer! Oh, das war ein Ding! Was?! Ich dachte doch! Ich hab nicht gesehen! Ich bin das gar nicht! Ich dachte auch, das war ja nicht! Warst du Agent? Ja, war er! Das hab ich jetzt nicht gesehen! Warte mal! Ich bin halt wirklich... Du hast ihn übrigens tatsächlich weitergekehrt! Ja, ich weiß! Und den Boomerang hab ich vom anderen Traitor! Jaja, das hab ich ja gehört! Was hat eigentlich Kapuze gemacht, dass die jetzt erschossen hat? Der Kundenrat hat ihn übrigens eiskalt hingerichtet! Obwohl er den Boomerang hat droppen sehen! Nein, ich hab ihn nicht droppen sehen! Wir sollten nochmal den Boomerang testen! Nein! Bitte nicht! Der Boomerang ist verflucht! Das hat bis jetzt nur Traitor das Leben gekostet! Ja, dann solltest du ihn nicht auf mich werfen! Weil dann ist er... Dann hat er einen Inno getroffen! Gunnar, wir können das Gambit machen! Geh zum Geschenk und drück einmal E! Wenn es dich hinrichtet, dann warst du böse! Wenn es dich nicht hinrichtet, dann bist du ein Bruder! Was würde denn das bringen? Oh! Ja, wenn du nicht E drückst, dann bist du von uns immer noch böse! Das kommt immer näher! Das Ding ist gefährlich! Ja, du warst auf dem Tauter wieder! Äh, okay! Meiner Fahne! Das Tauter explodiert! Maru, das Katbenizer Scrooge! Oho! Eine von euch! Oh Gott! Ja, ja! Ich weiß nicht! Haben wir einen Priester noch, der mich heilen kann? Ja, vielleicht nicht! Okay, der ist schon tot! Oder wo lag das Geschenk nochmal? Komm, ich riskiere es! Äh, im Schwimmbad vor der großen Tür! Da liegt der Bumerang wieder! Hast du ihn? Perfekt! Darf ich das benutzen? Wäre ich vorher abgeschossen! Oh, Maru! Oh! Oh nein, er ist gestorben dabei! Hätte mich mal besser auf diesen blöden Deal nicht eigentlich gemacht! Warum hast du das nicht ausgenutzt, Maru? Warum hast du mich nicht einfach gekillt? Ich glaube, es hätte keiner was gemacht! Also, ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass der Bumerang... Ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass du den Aufkommen hast! Ach so, alles gut! Und Nier war vergesst, dass ich Yannick verkehrt bin! Aber ihm muss... Nier hat er Kapuze gemacht, was vielleicht nicht war! Yannick hatte ja auch die ganze Zeit mit uns geredet, irgendwie! Ja! Der Grunde der Problem ist... Ich wusste nicht, was Kapuze gemacht hat, ob das eine Falle von Dalu einfach war! Ich habe ja damit gar nichts zu tun gehabt, außer dass ich da stand! In der Falle habe ich mich als Freitag zu entdecken! Ich behalte meine Folge! Vielen Dank fürs Zuschauen! Auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss! Aber Nier, was hat Kapuze denn gemacht? Der hat so einen Bumerang in der Hand! Ach so, der hat die Hand genommen! Ja, das ist auffällig! Ja, das hab ich halt nicht... Könnt ihr auch kein Auge gehoben machen? Ja, das hast du nicht gesehen! Ja, von Anfang an! Nein, das war ja schon von Anfang an der Tod, der Maxi war ja tot! Ne, Maxi hat noch ein bisschen eine Menge gelebt! Ey, wer war am Anfang tot? Du warst der Erste eigentlich! Ne, 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 draußen lag eine Leiche! Ja, das war die Fake-Leiche von McFly! Ach so, das kann sein! Ne, ich hab ganz am Anfang einfach eine Fake-Leiche von McFly! Hey, der hat draußen geshoppt! Du hast genau gesehen! Nein, nein, kein Portogam! Geschenke! Ja, das... Oh Gott, Poltergeschenke! Oh Gott, Poltergeschenke! Oh Gott, Poltergeschenke! Oh Gott, Poltergeschenke! Kapuze, nein! Kapuze! Kapuze! Was? Ja, Pain ist wieder gespawnt! Pain ist wieder gespawnt! Der Später kann nur unten spawnen oder vor... Da wird Kapuze, stirbt uns gleich! Geh da runter! Du könnt abfangen! Da ist er! Mach mal das Pain! Hinten die blöden Nils von mir! Ey, ey, es wurde eine gekillt! Es wurde eine gekillt vor dem Pool! Hier! Ich trink jetzt aber! Ich trinke jetzt aber! Ich trinke jetzt aber! Ich trinke jetzt aber! Ja, ja, ich hatte... Deswegen hatte ich gefragt, aus welcher Toilette er kam! Ach so, ja, ja! Wo wird das... Pain habt ihr ja mittlerweile, okay! Eben! Ich hatte zwar eigentlich damit gerechnet, dass der Traitor... In die, ähm... Da ist doch gerade noch mal einer irgendwo geschlafen... In den Traitor Room geht von da aus, weil... Ja, noch nicht im Pool irgendwo... Das war irgendwie ein bisschen... Auffällig dadurch... Oh, jemand hat den Pool gerade zugemacht... Oh, der Toilette zugemacht! Und wieder? Jetzt kämpft der im Traitor Room oder was? Beklicken! Blub, 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 blub... Das war meine Aufgabe! Oh, wo, 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 was war das denn? Moment! Wurde Maru nicht von Nils erschossen? Nein! Ja, nein! Hat Capuzzo nicht gesagt, Maru wurde gerade erschossen? Nein, ich soll Nils erschießen, weil Capuzzo vorher von Nils erschossen wurde in letzter Runde. Der Traitor ist anscheinend immer noch im Klo-Raum, weil ich stehe unten. Kamst du gerade aus der Toilette, wo der Traitor-Raum ist? Da, du. Ja, weil ich geguckt habe. Der Santa-Card. Aber die Tür soll ja... Nein, wir haben geguckt, ob der Traitor-Raum offen ist. Nee, die Tür ist nicht offen, wenn die Tür offen ist. Hier ist gerade der gekillt worden. Wer? Ja, das ist jetzt aber scheiße, weil ich damit nichts zu tun habe. Und das ist halt wirklich schade. Der Rennen-Dämmisch wird entscheiden. Wer immer vom Rennen getroffen hat, ist bestimmt böse. Mist. Okay. Der ist getroffen. Bei mir. Captain Nieser Scrooge. Er ist down. Was, ich bin's nicht. Nein, 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 ich bin's nicht. Warte, dann ist der andere. Aber er ist down. Der da hinten, das ist es. Der da. Der ist auf jeden Fall Tee, der da liegt. Ihr seht sogar den Boomerang da noch liegen. Ja. Ist okay. Könnt ihr die mal... Das war Nils. Das war... Achso. Ah ja, okay. Das war... Und Yannick, pass auf. Der an dem Baum ist ein explosives Geschenk. Da auf dem Tresen ist ein explosives Geschenk. Ich packe am besten Yannick an. Das ist nicht wahr. Yannick, der ist kein Luftgeflogen. Und der andere hat sich erwischt. Da in der Ecke, wo ich ihn gezeigt habe, wo du ihn gerannt bist. Was hast du alles getroppt? Ich hab... Items. Items! Lass es! Oh Gott! Kein guter Moment zu... Hallo, wie viel denn? Deswegen. Was soll das? Was ist das für eine Scheiße? Ach, bitte, ich hab getroffen. Ja, ich hab getroffen. Drive by Amaturasu. Drive by Amaturasu. Sehr gut gemacht, Katteneser. Dieser Raum ist der Töntel, der überall ist. Nein, nö, da. Nils, mal weh, da. Das Letzte vom Letzten. Ja, Yannick, wie konntest du bitte, das Bloody Night, das Instant-Kill. Ja, da hat den auch. Ich weiß nicht, hab ich halt. Bloody Night hört sich nur instant, wenn der schon verletzt ist, oder? Ne, da hat der auch gehittet, oder? Nein, das war meine Worte für fies. Ah, das kann auch hier oben sein. Was warst du? Ah, Yannick? Was ich war? Ja. Wieso nur, weil du wir nicht... Ich war nicht hektisch. Ja, da steht aber nicht durchgefangen. Ah, Yannick, ich hab dich dann extra gewarnt. Dahinten in der Hecke, da wo du stehst. Ja, in der einen Ecke hab ich nicht gesehen, dass du da auch ihnen gezeigt hast. Einfach nicht in den Ecken gehen in dem Raum, ich merk schon. Das ist Maru. Wer ist das hier? Bin ich nicht. Also Maru ist es jetzt, oder? Nein. Es war Pain. Es war Pain. Es war Pain. Es war Pain. Ich hab ihn erschossen. Es war Pain. Ich hab ihn erschossen. Ja, es ist Pain. Da ist noch wer im C-Raum. Also ich bin confirmed nicht traiter. Ich hab Pain mit der Golden Eagle erschossen. Und jetzt drück ich E. Ich hatte Quatsack. Ja eben. Er kommt vermutlich traiter. Oh, Frosty. Was hast'n du da? Frosty muss auch ins Wasser. Das war ein Mini-Fire. Ey. Oh, hey. Oh. Ich kann leider nicht drücken. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war explodiert. Ich weiß genau, wer das ist. Oh. Ey. Oh Gott. Du bleibst im Wasser. Oh Gott. Wir lassen ihn nicht raus. Nein, nein, nein. Ey. Er ist im Klo. Er ist im Klo. Was passiert eigentlich? Nein, warte. Oh nein. Ich weiß nicht, was ihr da tut. Oh shit. Das ist warm. Ja du. Ich hab gar nix gemacht. Das ist sonst meine Aufgabe, die Trader-File zu benutzen, die keiner kennt. Der arme Balu. Ja. Ja. Frosty. Ja. Er ist Deter. Frosty. Warte, ich bin der Deter. Stimmt. Warte. Der Zug. Ey, das war ich. Ich bin nicht verarscht. Ja, das war Kapuze. Irgendeiner will mit ihm die Morde anhängen. So, Balu is weg. Nee, es war. Ich hab ja schossen. Ich hab ja erschossen. Ich hab ja erschossen. Ich hab ja erschossen. Ich hab ja erschossen. Irgendwas sehr nett von dir. Sehr, sehr gerne. Werde ich gekillt? Äh. Irgendjemand möchte dir die Morde anhängen, der Santa Karte. Aber du hast Kapuze mit der Würste dabei. Kapuze war auch schon tot. Nee. Das ist unsichtbar. Hilfe. Ah. Ja. Hätt wer getrunken links von mir. Der Zug kam wirklich hinter mir durch die Wand. Der erste war nicht von dir. Der erste ja. Das ist immer so Schnüffeln hier, ja. Hey Dalu. bist du da drin kommt drauf an wo denn ich bin angepisst worden ein bisschen das ist ja ich habe gesehen scheiße er ist links am pool oder das muss ich tun das war dreckig hier aufstehen lassen spiel stopp die spiel stopp nicht Sehr gut, sehr gut bei Louis. Die erste Tank Engine war von mir. Die zweite hat mich gekippt von dir. Die erste Tank Engine hätte mich gefallen. Ja, ich wusste nicht, dass du mich tot. Maro hat gerufen. Ja, er ist nicht aufgestanden. Ich war ja tot, aber ich habe mich reviviert und dann bin ich gestorben. Dann revive dich am Spawn. Dann können wir ja noch eine Runde machen. Lasst einen Like da, schau mal vorbei. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin macht's gut, tschau. Tschüss.